Franz Krug, Manfred Meerstonck und ihre Maschinen. 470 PS. Sie fahren Terminfracht in die entlegensten Gegenden. Auf sie ist Verlass. Franz? Franz, guck, dass hier das Zeug vom Platz kommt. Soll ich hier den mal aufklappen? Mach doch mal hinten die Bracken runter. Ich mach das Gedingste da runter. Pass auf, warte, warte. Warte doch mal. Ich warte doch schon die ganze Zeit. Was ist denn? Pass auf, was müssen wir denn noch wegfahren? Die Holzanhänger müssten noch weg. Und der hat gesagt, das muss hier alles leer werden. Hat der gesagt. Erinnerst du dich daran? Hat der gesagt. Weiß nicht, steht hier denn sonst noch was. Dahinter steht noch was. Was ist das dann? Sollen wir das mal gucken gehen? Was ist denn mit dem Haus hier? Sollen wir das abreißen und dann das Holz in den Kamin schmeißen oder was? Ich weiß nicht, da liegen ja auch noch Hackschnitt. Ich weiß auch nicht, was damit ist. Hackschnitzel. Das jetzt krieg ich schon wieder Hunger. Das ist nicht das, was du denkst. Das ist Schnitzel mit Hack paniert, oder? Ja, quasi. Nur nicht ganz so bekömmlich. So, warte mal hier. Das ist ein... Guck mal, das ist mein Kumpel. Der heißt auch Jens. Kennst du den? Der ist der... Aber da musst du aufpassen. Da steht BAH dran. Ja, das kann ich dir sagen. Weiß ich auch. Da hab ich nämlich... Pass auf. Ich spring mal hier hoch. Das ist nämlich, wenn du da mit der Hand reinkommst. Und dann ist das, was auf der anderen Seite rauskommt. Das ist BAH! Weißt du Bescheid? Huch! Mensch, hier... Sag mal. Ich muss an die Hebel dran spielen oder so rein. Nicht so viel. Nicht, dass wir da reinkommen da gerade. Da musst du aufpassen. Das fährt aber von selber. Was? Das kannst du fahren, oder was? Das kannst du vor und zurück, aber lenkt hoch. Ich weiß nicht, warum ich außerhalb der Helle hier bin, aber hier bin ich wieder. Ähm, das fährt. Also, vor und zurück. Also, lenkt den kannst du nicht. Ich weiß nicht, ob du dran ziehen kannst. Hier vorne so ein bisschen so... Aber das vor und zurück fährt auf jeden Fall. Ach, guck dir das an. Siehst du das hier, was hier vorne ist? Die Kugel? Ja, das ist ein Problem, habe ich hier gehört. Ja, das ist ein Problem, weil keiner unserer LKWs da ziehen kann, das Ding. Da müssen wir den Fischer... Der muss für uns da nochmal... Ihr weißt doch, mit dem Pick-Up muss der den hier wegfahren. Ja, gut. Ich meine, fahren tut das ja. Das kann man bloß nicht lenken. Nur das Problem ist, wir kriegen den Anhänger nicht hier vor. Anhänger vor? Wat? Ja, du könntest ja einfach den Anhänger hier vor und dann fahr ich das Ding einfach da drauf. Ach so. Das ist ja hier so ein Reibräber, weißt du, damit fährst du ja dann quasi... Ah, das kriegen wir aber, vielleicht können wir den, weißt du was, dann fährst du ein Stückchen raus. Dann schieben wir mit dem LKW einfach hier vorne die Deichs, also ein Stück in die Richtung. Das wird schon halten. Das wird schon passen. Der Boden ist ja auch weich. Und dann fahren wir das Ding hinten auf, das so machen wir das. Franz, deswegen hat der Chef dich eingestellt. Der weiß einfach, dass du ein cleveres Kerlchen bist. Natürlich. Hör mal, äh, was nehmen wir dann zuerst mit? Nehmen wir hier zuerst das gelbe Ding mit und so einen Anhänger oder was? Das würde ich sagen. Wir müssen ja, ähm, wir müssen definitiv den Tieflader auch noch wieder mithaben. Da muss ja dann der Jens drauf und dann können wir den zweiten Anhänger mitnehmen. Das heißt, wir fahren zweimal. Habe ich ausgerechnet, das ist richtig, ne? Das hast du total richtig raus eruiert. Da muss man schon auch sagen, das färbt von dir ab, die Cleverness. Ich sage dir, du hast quasi Abitur, du kannst quasi das der Lizenz selber ausstellen. So, klapp mal auf die Brutsel hier mit und dann kann ich schon hier. Ich klappe da auf, pass auf. Einen Knopf habe ich gedrückt. Man, Fred. Ja, was? Das hat gar kein Lenkrad. Franz, erkenne ich mich mit aus, mit den großen Maschinen. Hier sind die Hebel dran. Ja, der muss mit dem Hebel auch fahren. Vorne drücken, den Hebel. Nee, ich verdrück da ja nicht, du. Dann hier, du Hebelmeisterin. Gleich mal, was du kannst. Ich muss jetzt erstmal niesen, Junge, Junge, Junge. Aber da würde ich auf jeden Fall mal nicht mehr hintreten. Das stimmt. Der hat auch hier vorne die Treppen, ne? Hat sich das gerade bewegt? Beim Niesen, wenn ich nieße, hat das auf jeden Fall sich bewegt. Und das, was da rausgeflogen kam, das ist ja auch. Ja, schön. Und in die Kabine. Unherrlich. Und ich sage dir, der Scheibenwischer ist wieder nur von außen. Sag demnächst im Wald. Das kriegt der ja nicht mit. Kaum fangen wir an zu arbeiten, fängst das Niesen an. Bist du allergisch geworden für das Arbeiten, oder was? Ich bin auf jeden Fall allergisch in das Arbeiten. Aber das ist tatsächlich ein Geburtsfehler. Ein Geburtsfehler? Weil du bist mit Nase geboren worden, oder was? Ich bin mit Allergie gegen Arbeit geboren worden. Achso, ich verstehe das. So, passt das hier? Das sieht gut aus. Ja, das sieht immer noch besser aus. Das sieht gut aus. Ja, hab schön. Ja, musst du schon sagen. Das hat sich schon deutlich verbessert, meine Fahrgünste. Bin ich vorne weit hier noch da dran? Ähm, das ist glaube ich nicht das Problem. Warte mal, ich klappe hinten das Zeug hoch. Ich glaube, wir müssen noch was zurück, weil sonst bist du wegen der Überhöhe und so. Warte mal. Warte. Warte. Warte, ich guck mal, dann muss ich mal hinter gucken. Ich komme zurück. Ja, ich komme zurück. Da kann ich nicht viel sehen, musst du Bescheid sagen. Komm mal zurück. Langsam, schön langsam, schön langsam, schön langsam, schön langsam. Ja, noch ein Stück hier hoch. Stopp, das reicht. So, jetzt fahr mal das Gerät Jans aus. Ah, da kenne ich mich nicht so mit aus. Ja, da zieht Jans aus. Oh, da zieht Jans aus. Oh, guck der da dann. Jo, da zieht er da aus. Ja, dann hau auch schön abstellen. Warte, warte, hinten noch mal kurz an. Tu da mal eben ein Hölzchen runter. So. Ja. Ist das jetzt fest? Das zieht Jans aus. Das wackelt noch. Das wackelt noch. Das wackelt noch. Ja, dann lass ein bisschen ab, das Hölzchen legt er da runter. So. So ist es schön. Ja. So ist es schön. So. Dann heißt, ich nehme hier noch einen Trailer mit. Dann fahr ich die hinterher oder was? Ja, das würde ich sagen. Pass auf. Ich packe die Karte wieder aus. Ich habe nämlich keine Ahnung. Der hat uns gesagt, das ist irgendwie... Der weiße doch hier bei Gefeld... Der hat doch hier die... Er ist ja auch nummeriert. Hat er gesagt? 33. Ja, ich habe es gesehen. Ich weiß dann auch, wie wir da hinkommen. Ja, dann muss ich jetzt mal gucken. Da müssen wir... Wir fahren hier links runter. Dann fahren wir die komische Kurve links, dass wir da in die Richtung die Stadt kommen. Da fahren wir an der Tankstelle vorbei. Die kennen wir. Als wir hier hingekommen sind in der Tal, da sind wir an der Tankstelle gewesen. Ja, das stimmt. Ich kann mich erinnern. Und da fahren wir geradeaus weiter über eine Brücke. Über den Fluss. Und dann... Kommt er auf der rechten Seite. Das ist überhaupt nicht so schwer. Da kann ich die Karte direkt wieder weglegen und zusammenfalten. Ja, das stimmt dir absolut so. Ich versteck schon mal einen. Mach das. Und dann kommt er in die Karte zurück. Franz? Jo. Kann es losgehen? Ist das Möhrchen bereit? das Mörschen hat Bock wie noch nieder Manfred Was ist es? Aber heute mal keinen Sekundenschlaf, sind wir uns da einig? Mit Sekundenschlaf habe ich abgeschlossen, das Thema ist vom Tisch, ich bin topfit heute, topfit, da gibt es nichts zu quatschen Jut Jut Sarens, gib mir einen Blinker, ich habe den gesetzt, aber ich höre nichts blinken Vielleicht ist das Blinker wirklich kaputt Das heißt, es blinkt nichts oder was? Du müsstest halt mal stehen bleiben, weil das Mörschen ist nicht so schnell Doch, da blinkt es überall, ah ne, das war bremslich, doch, es blinkt, links Dann ist tatsächlich nur das Geräusch in der Kabine hier kaputt Da sollten wir vielleicht mal mit den Farbigen sprechen, vielleicht hat der noch ein blinker Geräusch da Echt, da gibt es Geräusche für Kann man die kaufen Ist das ähm Sachen, ist das tatsächlich so ein kleiner ähm Wie nennt man das? Das ist ne Audio Datei Kann man die installieren hier, wie bei dem ähm Telefon Ja natürlich, da ist ein kleines Relais, da ist das blinkertakt Relais Das kannst du halt kaufen, als Klickern Die typische Klickern, das kennst du ja schon Klickern, Klickern, Klickern Das war kein Summen, ich hab dir das Geräusch vorgemacht Das konne ich nun wirklich nicht ahnen Das hat sich angehört wie ein Brummen, das Telefon auf dem Tisch Ja gut, vielleicht gibt das so nen Blinkergeräusch ja auch Franz, ob das glaubst du oder nicht Der Farbige war hier Wie küsst du jetzt da wieder drauf? Guck dir doch mal die Farbe von der Brücke an, das macht doch keiner freiwillig Na jo, ne, das ist so nen schöne Petrol oder irgendwie so wie das heißt, oder? Petrol, das hört sich ja noch männlich an, nach Benzin oder sowas Ne, wie Petroleum Dat is to kiss Dat is baby to kiss Seestadt Na gut, ich würd jetzt einfach sagen, das ist grün, aber schon in Ordnung Manfred, wir hören doch auf dich Vielleicht hat der Arzt mir gesagt, ich hätte so ne leichte, ähm, wie nennt man dat? Ähm, nicht farbenblind, sondern Rot-Grün-Schwäche, hat er gesagt, Rot-Grün-Schwäche, hat er gesagt Das scheint zu funktionieren Warte mal, wat is denn hier? Ich schalte mal an, Moment Sag'n's Wieso stehen denn hier die Geräte mitten in der Pampa rum? Ein schöner JCB Traktor, oder ist das Traktor? Der sieht so komisch aus Warte, wat is denn hier los? Da guck mal, hier steht dat alles mitten im, 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 in ne, in ne Büsche Hier, wat haben die hier gemacht? Ich weiss dat auch ned Vielleicht is dat so Werbetafel mäßig Dann is schon ein bisschen merkwürdig, da is ja aber keine Werbung drauf Doch, da schitt der JCB drauf Ach so, meinst du dat, ähm, dat hier der JCB selber Werbung für sich macht? Das können natürlich sein Weiss dat ned Aber auf dem, auf dem Pickup is nix, der is einfach nur Jelb Na gut, dat is vielleicht JCB gelb, man weiss dat ja ned Sieht eher für mich aus wie Eierschalen Jelb Also wenn die Eierschalen bei dir so Jelb sind, ne Dann würd ich die Eier nicht mehr essen, oder mal zum Doktor gehen Ach, dat hast du noch nie dat, äh, von den richtigen Hühnern gegessen, ne Ich war mal auf dem Bio-Bauernhof Und da haben die, äh, so Jelbe Eier gehabt Weil die tatsächlich einfach richtig gut Mais gekriegt haben zu fressen Und nicht dat ganze Standard-Futter da Und dann haben die auch gute Farbe So is dat Ja gut, okay, dann sagen wir einfach mal dat is dann Maishühnchen, Jelb, Eierschalen Ja, da kennst du, ähm, da hast du bestimmt schon mal gehört Dat Maispolade heißt dat, ne Polade Dat is so Jelb, ne, da is auch dat Hühnchenfleisch Jelb Dat is, weil die so viel Mais gefressen haben, da Weil so viel jelber Farbstoff von dem Mais kommt Mit Polade Ja, so heißt dat doch Mit Hühnchen Ja sicher Meinst du dat is net Öm? Dat kannst du nicht mehr essen? Doch, dat kannst du essen Und dat is wat jans besonderes Dat kostet auch extra mehr Dat is doch immer so Dat besondere Zeug dat kostet mehr Dat is wie Gavia, dat kannst du auch nicht fressen Aber dat kostet auch mehr Weißt du, wat auch Jelb kostet? Dat wurden sie hier über Poladen unterhalten, die Jelb sind Dat is, dat hast du absolut recht Komm, dat fahren wir mal weiter Was quatscht du hier auch die ganze Zeit so rum? Sag mal, wat is denn hier? Wieso steht der hier so komisch? Ich hab doch hier ordentlich gefahren Anscheinend net Ach, dat is auch egal Komm, wir fahren dat Zeug hoch Und dann ist dat fertig Wir sind doch nicht mehr, weil er ist auch gleich da Da Wirst du schon gucken hier Hier kannst du den Spiegel auch nicht sehen Oh Weißt du, wat dat Problem hier an dat Monster is? Du wirst es mir bestimmt gleich erzählen Die Spiegel sind festgerostet Die Spiegel sind festgerostet Aber das geht einfach nicht Ich kann hier einfach nicht in den Spiegel was sehen Da kannst du nicht rückwärts fahren Nix Ich geh da ran Ich hab hier Telefon gerade So Ja Ja, hier Hier ist der Der Mers Dong ist hier Wer ist da? Dongus Ja, Dongus hier Weiß Fabio, ich hab ja von dir gesprochen Ob du das glaubst oder nicht Ja, ja, ja Also Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht Ich will nur gute Nachrichten haben Nix Schlechtes Also Die schlechte Nachricht sagst du bitte aber Franz nicht Sein Cetros ist Total Schaden Was? Du kannst mir doch keine Nachricht erzählen Die Die ich schon weiß Das ist ja dann keine Nachricht mehr Ja, ja, naja Aber die gute Nachricht ist Euer Chef hat uns schon wieder freigegeben Dass wir euch einen neunten Cetros kaufen können Was? Beziehungsweise versorgt haben Und da sagst du aber bitte Franz nicht Kommt bitte dann her Gegen Weiß ich nicht Wenn ihr Weiß nicht wo ihr gerade momentan unterwegs seid Komm einfach hier vorbei mit Franz Sein neuer Cetros steht hier So machen wir das Kann er sich ja freuen Ja, so machen wir das Wir kommen dann vorbei Ich sag dem Franz nix Dass er sich richtig freuen kann, okay? Achso, der ist orange Ja, da hat der Chef wieder eingedreht, ne? Das ist klar Ja, 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 ja Ja Ist halt so Da werden wir sehen Wir werden gucken, was der Franz dazu sagt Schau mal, dann sehen wir uns später Das schwatten, äh, Fabien, ne? Ist klar Äh, genau, alles klar, äh, dann muss Tschüssi Tschüssi Manfred, was ist denn jetzt hier mit abladen? Hast du gerne Lust oder was? Pass ins auf Franz, wo bist denn du? Hinter dir Da bist du ja Ich kann den jetzt nicht abladen Das ist nicht möglich Weil Die Folge zu Ende ist, wir können nicht weitermachen Das ist furchtbar Da kannst du direkt mal die Leute sagen, warum wir den nicht abladen können Sag denen das mal Also, liebe Leute, wir können nicht abladen, weil der Manfred keine Lust mehr hat Der möchte keine überlange Folge machen Nein, meine liebe Freunde Das war's schon wieder für heute Vielen, vielen Dank fürs Zusehen Ganz wichtig Schaut beim Mario vorbei Und beim Uli auch, ne? Ich meine, beim Mario, bei mir sind meistens Dieselben Bilder Nah dran Nah dran Hm? Was denn? Ja, wir sind nah dran Achso Machen sehr älisches Zeug Eben Aber die unterschiedlichen Gesichtsausdrücke sind einfach immer wieder lustig Ja, ihr könnt auf jeden Fall nicht angucken, das lohnt sich wirklich Ganz wichtig, wenn ihr noch kein Däumchen da gelassen habt Jetzt ganz schnell runter, Däumchen da lassen, Kommentar Und wichtig ist, den Kanal abonnieren, damit ihr nie wieder was verpasst Nie wieder So Genau so ist es dann auch So, bis dahin, bis zur nächsten Folge Macht's gut Ciao, ciao Alles Gute, Bye Bye und Ade J�b Sonst jb 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 Vielen Dank.